Finanzminister Hans-Jörg Schelling zieht bei der Hypo-Alpe Adria die Reißleine. Ihre Überreste, die in der Abbaugesellschaft Heter geparkt sind, werden nun abgewickelt, also verkauft. Und zwar ohne, dass die Bank in Konkurs geschickt wird. Ein neues Gesetz, das seit Jahresbeginn in Kraft ist, macht das möglichst wichtigster Punkt dabei. Die Gläubiger müssen auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Für den Steuerzahler bleibt es laut Finanzministerium bei jenen 5,5 Milliarden Euro, die bereits in die Hypo gepumpt wurden. Es ist schon der dritte Abgesang auf die Hypo-Alpe Adria. Nach der Verstaatlichung und dem Parken der Überreste in der Abbaugesellschaft kommt jetzt die Abwicklung. In einem ersten Schritt werden alle Forderungen gestundet. Das heißt, die Schulden der Abbaugesellschaft, die offiziell Heter heißt, werden vorerst nicht zurückgezahlt. Sobald dann der genaue Abwicklungsplan feststeht, bekommen die Gläubiger der Hypo, das sind vor allem andere Banken, Versicherungen oder Fonds, einen Schuldenschnitt verpasst. Sie müssen auf einen Teil oder sogar auf ihre gesamte Forderung verzichten. Ist das sozusagen nicht auch in gewisser Weise eine Enteignung der Gläubiger? Nein, ich glaube jeder, der irgendwo Anleihen zeichnet oder Aktien kauft, hat auch ein bestimmtes Risiko mitzunehmen. Ich glaube, das Risiko war lange genug bekannt, feststeht, dass die Haftung, die die Republik selbst übernommen hat, mit circa einer Milliarde Euro auf Heller und Fennig zurückbezahlt wird. Das heißt, wir kommen dann in Summe auf diese 5,5 Milliarden Euro, die sozusagen die Hypo, die Republik gekostet hat. War es das dann? Ich gehe davon aus, dass das der letzte Betrag ist, der von uns zu begleichen ist. Und ich habe auch ganz klar bei der Vorbereitung der Entscheidung, dass wir dieses Modell BASSA-Quellen, klargestellt, dass ich nicht mehr bereit bin, Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in die HETA zu pumpen. Auch die neuen Milliarden Löcher, die am Wochenende in der Abbaugesellschaft HETA festgestellt wurden, sollen daran nichts ändern, versichert Schelling. Die faulen Kredite und Immobilien, die dort lagern, sind laut Experten um bis zu 9 Milliarden Euro weniger wert als bisher angenommen. Das müsse aber weder in die Neuverschuldung noch in die Staatsschulden hineingerechnet werden, so der Finanzminister.